UNTERTITELUNG Wer kollabiert Doktor? Cut! Wer ist das? So, ein perfekter Name für einen Filmstar. Ich hab die zweite Hauptrolle im nächsten Pinky Productions Film. Ich hab irgendwo gelesen, wir entscheiden selbst über unseren Erfolg oder Misserfolg. Nach dem Erfolg seines Super-Hits Anjana ist der Produzent Romy Rolli schon mit seinem nächsten Projekt Herzensglot beschäftigt. Wer war Safa, als er zu mir kam? Was ist er jetzt? Ein Superstar. Gepriesen sei Gott. Er sagt okay, okay und dann macht er doch, was er will. Tausendmal hab ich ihm gesagt, Romy, die Zahl fünf bringt dir Glück. Drehbeginn muss am fünften sein. Die Regie führt Romy Rollis kleiner Bruder Ranjit Rolli. Der Film war in den USA ein Blockbuster. Ein Super-Hit. Auch die Hauptdarstellerin ist neu im Geschäft. Die Tochter von Nina, dem Superstar der 70er Jahre, Nikki Valja. Als Onkel Romy sagte, ich soll die Hauptrolle spielen, sag ich, spinnt ihr jetzt total? Alle werden mich mit meiner Mutter vergleichen. Ich hoffe, dass sie die Liebe, die sie mir damals schenkten, nun meiner Tochter schenken werden. Wenn ein junger Mann dieser Generation so etwas zu dir sagt, dann fühlst du dich wieder lebendig. Glaub mir, Mann. Du bist sehr lebendig. Wie in jeder Romy Rolli-Produktion kann es nur einen einzigen Helden geben. Safar Khan. Ich arbeite wie eine Maschine. Spule ein Programm ab. Safar Khan ist nur ein Bild. Er ist eine Ikone. Eine Fügung des Schicksals. Schicksal, schlechte Sterne. Immer schiebt man es darauf hin, was daneben geht. Aber das ist eine Ausrede für Feiglinge. Ich war nie feig. Ich habe alles riskiert. Und was habe ich nun davon? Man muss sich die Chancen selbst schaffen. Sie ergeben sich nicht von allein. Der Erfolg klopft nicht an die Tür. Er will von uns erkämpft werden. Mein Film wird endlich gedreht! Keiner wird dich für Mutter Indien engagieren. Danke, das reicht. Du brauchst mich nicht mehr zu managen, okay? Du machst dir was vor, Vikram, J.C. Du bist kein Schauspieler und wirst nie einer sein. Wie kann dir sowas sagen? Ich bin Schauspielerin. Ich habe Talent. Ich kann was. Aber das interessiert hier keinen. Es war verdammt schwer, es bis hierher zu schaffen. Das ist meine große Chance auf den Durchbruch. Warum versuchst du daraus Kapital zu schlagen? Was? Neben Talent und Fleisch spielt Glück eine wichtige Rolle.